Klappt es endlich mit einem Leideal für Alexander Isak? Das schwedische Top-Talent kam seit seinem Wechsel vor zwei Jahren nur 13 Mal für die Profis von Borussia Dortmund zum Einsatz. Nun könnte Isak in der niederländischen Eredivise die erhoffte Spielpraxis erhalten. Willem Zweite-Borch möchte laut Kicker-Angaben Isak sofort verpflichten, eine Einigung zwischen den Klubs steht aus. Nach Angaben der Ruhr-Nachrichten müssen allerdings nur noch Details geklärt werden. Isak wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Der 19-jährige Stürmer lieferte bei Testspielen und bei der zweiten Mannschaft eigentlich regelmäßig gute Leistungen in diese Saisons ab. Bei den Profis kommt er allerdings an Paco Alcacca, Mario Götze und Co. nicht vorbei. Sein Vertrag läuft bei den Schwarz-Gelben noch bis 2022. Resum野, Versuch-Gelben noch bis 2019. Untertitelung des ZDF für funk, 2017